INSAT TV Land und Leute sind unsere Stars Stadtliche Rösser und Blasmusik prägen seit jeher das Bild des Innviertels. Der Riederpferdemarkt bringt beides aufs Schönste zusammen. Unter dem Motto Menschenpferd wurde die Schwanthaler Stadt am Osterdienstag wieder zur Bühne für gelebtes Brauchtum. Seit dem Jahr 1484 werden am Dienstag nach Ostern in Ried die Rösser aufgetrieben. Prachtvolle Norieker und gutmütige Haflinger sind die Hauptdarsteller der Traditionsveranstaltung, die Jahr für Jahr die Menschen in Schar nach Ried lockt. Zu kräftiges Lockmittel ist die bewährte Mischung aus Reitergruppen, Pferde, Gespannen, Geselligkeit, Tracht und Blasmusik. Besondere Highlights waren in diesem Jahr beim Festzug nicht nur mottogetreu geschmückte Gespanne, sondern auch die bayerische Landesausstellung Bier in Bayern hat sich mit der Bavaria on Tour angekündigt. Diese Statue aus Holz sieht fast so aus wie ihre bronzene Schwester auf der Münchner Theresienwiese und ist die rollende Werbeikonne der heurigen Landesausstellung in Bayern. Auch die oberösterreichische Landesausstellung Mensch und Pferd war mit einem besonderen Schmiedewagen dabei. Der Pferdemarkt begann wie gewohnt bereits am Vormittag. Zwischen 9 und 11 Uhr wurden am unteren Hauptplatz die Pferde aufgetrieben. Am Nachmittag folgte mit dem Festzug der Höhepunkt des Tages. Rund 150 Pferde aufgeteilt auf 20 Gruppenwaren anwesend. Es folgten Pferde, Segnung und Siegerehrung. Zum Abschluss wurde auch heuer wieder ein Pony verlost. Aufgeteilt war es mit einem Namen mit dem competency zu müssen. beeindruckende Böcke können。 Watt für eine Musik! Ab mois mit dem Konsnow! dorar und ab, triumph gentle und von uns. , klar, sprach und gut. ité! Erst ingemelde s. owy Vielen Dank.